Bei der Wohnungssuche ist es ähnlich wie bei der Partnersuche, weil man sich so anbietet die ganze Zeit. Man stellt sich von der besten Seite dar, man zeigt die besten Bilder von sich, man sagt, wie toll man kochen kann. Und in Deutschland habe ich es mitgekriegt, man spricht darüber, welche Gerätschaften man mit in die Küche bringt. Irrsinnig. Also man muss sich richtig verkaufen, in der Hoffnung, dieses absolut überteuerte WG-Zimmer zu kriegen. Willkommen zurück bei Studieren Weltweit, der Podcast. Schön, dass ihr auch bei der zweiten Staffel dabei seid. Ich bin Lene und ich nehme euch zusammen mit meinen Gästinnen wieder mit ins Ausland. Ich spreche mit ehemaligen Auslandsstudierenden über ihre Erfahrungen. Was war schön? Was waren die Schwierigkeiten? In dieser Staffel fragen wir uns, Studierende im Ausland, immer alles so easy? Los geht's! Achtung! In dieser Folge werden Themen behandelt, die möglicherweise emotional belastend sind. Schau für weitere Informationen in die Shownotes. Hi Marcel, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Wir sprechen heute über verschiedene Themen, unter anderem über Promovieren in Cambridge. Du bist nämlich in Großbritannien gewesen zu deinem Auslandsjahr und hast da verschiedene Erfahrungen gemacht. thematisch Heimweh und auch Einsamkeit und auch ein interessantes Thema, was du auch in deinem Blog auf Studieren weltweit ansprichst, ist, dass du Erstakademiker bist. Und darauf gehen wir heute auch noch ein. Du, mal kurz eine Hintergrundinformation, du bist von 2013 bis 2014 in Neuseeland schon mal gewesen und warst dann während des Studiums mit Erasmus auch schon in Frankreich, 2018 bis 2019. Und jetzt eben vor kurzem ist wieder zurückgekommen aus Cambridge, aus Großbritannien. Und da warst du von Oktober bis Dezember 2023. Und mir wurde letztens schon gesagt, dass ich ein bisschen schnell in die Folgen starte, aber ich bin so ungeduldig. Und eine Sache, die ich heute auf jeden Fall mitnehmen möchte und die mir ganz, ganz wichtig ist, ist die Frage, was sind Dinky Doors? Oh ja, erst mal hi Lene, auch von meiner Seite. Dinky Doors, ja Dinky Doors ist ein kleines Kunstprojekt von einem Ehepaar aus Cambridge. Diese kleinen Türchen gibt es mittlerweile in Cambridge und in Oxford, glaube ich. Sie sind erst mal ganz unscheinbar irgendwo an Häuserecken angebracht zwischen Telefonzellen und sie sind überall in der Stadt verteilt und stellen wie so kleine Räume von, ich weiß nicht, von Dinkys dar. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ein Dinky ist. Aber es sind wie so kleine Wichteltüren. Die sind, glaube ich, gerade auf Instagram bei den Eltern ganz innen. Ich sehe das bei meinen Schwestern. Da haben wir so kleine Türen zur Weihnachtszeit an der Wanne kleben. Und sowas ist es in Cambridge nur das ganze Jahr über und es ist ganz fantastisch in dem Sinne, dass es fantasievoll ist. Und es ist ganz süß. Man läuft durch die Gegend und stolpert plötzlich über so eine Tür und kann sich dann überlegen, was denn da gerade für eine Szene sich wohl ereignet hat. Du warst an einem College, was, ich glaube, du hattest gesagt, 1964, hattest du in einem deiner Blogs erzählt, er gegründet wurde und heißt auch nach der Familie Darwin, die dort nämlich Teile des Grundstückes hatte. Und du hast da so ein kleines Video gezeigt, wie du da zur Bibliothek läufst. Und das sah super schön aus. Kannst du ein bisschen mehr zum Campus erzählen, wie es da so war? Ja, also ich muss direkt sagen, dass ich das richtige Campusleben gar nicht erlebt habe, weil ich nicht in einer Fakultät war wie die anderen Studierenden, sondern in der Forschungseinrichtung. Und die Colleges, naja, die sind nochmal ganz besonders. Sie gehören zwar zur Universität, aber sind irgendwie auch nochmal davon abgetrennt. Und das Darwin College, wie du sagst, ist eines der jüngsten Colleges, das eben erst in den 60ern gegründet wurde, von Nachkommen von Charles Darwin, der also, das ist immer ganz wichtig zu sagen, der dort nicht studiert hat. Also der hat das Darwin College selbst nie betreten. Und wie bist du denn da drauf gekommen, jetzt nochmal während deiner Promotion ins Ausland zu gehen? Das ist ja doch schon so ein Schritt, ja, den gefühlt nicht viele machen. Wie kam es auf die Idee? Ich habe immer großes Fernweh, wenn ich in Deutschland bin. Ich habe das Gefühl, dass eine große, weite Welt auf mich wartet, sowohl ich mich hier auch fühle. Aber so hatte ich dann im Studium schon das große Bedürfnis, ins Ausland gehen, um meine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Ich muss sagen, das ist ein großer Punkt, der immer mit dahinter schwebt. Es war zunächst Französisch und jetzt habe ich mir gedacht, es schadet nicht nochmal mein Englisch aufzubessern. Vor allen Dingen, wenn ich auch mit englischen Texten arbeite. Aber ich finde es so faszinierend, ins Ausland zu gehen und sich auf eine komplett neue Situation einzulassen. Auf neue Menschen, auf eine neue Kultur, neue Routinen zu entwickeln, finde ich immer extrem schwierig. Aber es ist auch gleichzeitig so spannend. Ich habe in Cambridge dann mit zwei neuen Menschen zusammengelebt. Und während ich hier mit meiner Mitbewohnerin schon längst eine Routine entwickelt habe, wie wir was wann machen, musste ich das dort komplett neu kennenlernen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ich nach all den Jahren hier in Heidelberg so einen relativ gefestigten Freundeskreis habe und da gar nicht so viele neue Menschen hinzukommen. Denn, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich werde immer älter und die Studis, die dazukommen, immer jünger. Ich gehe in keine Vorlesungen mehr. Das heißt, ich habe die paar Leute, die noch in Heidelberg geblieben sind und nicht dieser kleinen Stadt entflohen sind. Und dann finde ich die Situation, die Möglichkeit so schön, im Ausland auf neue Menschen zu treffen und dort meinen Freundeskreis zu erweitern. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Manche gehen dafür in Bars oder Clubs, andere gehen ins Ausland dafür. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du in Cambridge promoviert hast und ich bin gar nicht darauf eingegangen, was du da eigentlich genau gemacht hast. Könntest du vielleicht ganz kurz dein Thema anschneiden und aus welcher Studienrichtung du kommst? Ja, sehr gerne. Also ich promoviere eigentlich in Deutschland, also ich promoviere an der Universität Heidelberg. Ich habe Anglistik und Germanistik auf Lehramt studiert. Das war bei mir noch das Staatsexamen. Heute ist es ja in den meisten Bundesländern der Bachelor und der Master. Und danach habe ich mich entschieden, in der Linguistik weiterzumachen, also in der Sprachwissenschaft, in der germanistischen Sprachwissenschaft und habe mich dazu entschieden, zusammen mit meinem Prof, dass gerade das Thema künstliche Intelligenz so unfassbar aktuell ist und es sich daher eignen würde, irgendwie zu diesem Thema zu promovieren. Und was wir bei uns immer machen, nicht was wir bei uns immer machen, aber ein Schwerpunktthema meines Professors ist die sogenannte Diskursanalyse. Das bedeutet grob gesagt, wir schauen uns an, wie Menschen über ein bestimmtes Thema sprechen. Das kann der Diskurs um Atomenergie sein, das kann der Diskurs um Impfstoffe sein. Das finde ich super spannend. Es ist ein sehr aktuelles Thema auch, was auch passend ist. Ich habe das Gefühl, in jeder Vorlesung oder in jedem Modul wird KI mindestens einmal angesprochen, also zumindest in meinem Studiengang. Und auch so im privaten Leben kommt das immer wieder dazu, dass Leute darüber reden. Und deswegen sehr interessant, dass du da nochmal weiter drin forschst und dir anschaust, wie die Medien die KI so darstellen. Du schreibst in einem deiner Blogbeiträge über ErstakademikerInnen. Jetzt wollte ich erst mal fragen, was bedeutet denn Erstakademiker, Erstakademikerin? Das bedeutet, dass man die erste Person aus der Familie ist, die an die Universität geht. Das heißt also in meinem Fall, dass meine Eltern nicht studiert haben. Meine Mutter hatte einen Realschulabschluss, mein Vater hatte einen Hauptschulabschluss und meine Schwestern haben auch eine Ausbildung gemacht und sind gar nicht an die Universität gegangen. Das heißt, ich bin also der allererste, der sich in dieses neue Umfeld gewagt hat. Und wie bist du da drauf gekommen, dann zu sagen, ich möchte studieren, ich möchte meinen Bachelor dann wahrscheinlich auch in Linguistik machen? Anni, du hast ja das Staatsexamen damals noch gemacht. Genau, wie bist du da drauf gekommen? Ich muss sagen, ich weiß nicht genau, wie ich auf die Idee gekommen bin zu studieren, denn ich muss sagen, in meiner Familie war das nie ein Thema. Ich weiß, das ist eine Cousine von meiner Mutter, die ist auch an die Universität gegangen. Streng genommen wäre ich also doch dann kein Erstakademiker, aber eigentlich hatte ich zu der gar keinen Kontakt. Dementsprechend war die Universität etwas, worüber wir nie gesprochen haben. Es ging immer um Ausbildungen. Es ging darum, dass ich nicht in der Konditorei meines Vaters anfangen soll. Also ich habe überlegt, Tierpfleger zu werden. Ich bin nämlich erst auch auf die Realschule gegangen. Das heißt, es war überhaupt nicht in meinem Sinn, an die Universität zu gehen. Das war einfach fest in meinem Kopf. Ich mache eine Ausbildung wie alle anderen in meiner Familie. Und es war dann erst in der Oberstufe mit Besuchen an der Universität. Ich weiß, wir sind irgendwann nach Bochum an die Uni gefahren und konnten uns dort drei Vorlesungen anschauen. Also wir konnten wählen zwischen drei Vorlesungen. Eine war zum Thema Contemporary English Poetry. Und das Zweite war was in der Kriminologie. Ich wollte eigentlich wie die meisten in die Kriminologie, aber die war so überfüllt, dass wir uns dann entschieden hatten, ich und noch ein paar Freunde in die Lyrikvorlesung zu gehen. Und es war einfach, es war so beeindruckend. Ich kann bis heute dieses Gedicht auswendig, das dort vorgetragen wurde. Und ich glaube, so hat sich langsam der Gedanke eingepflanzt, dass es ja noch andere Dinge gibt als die Ausbildung. Dann gab es Pflichtpraktika, die wir machen mussten in der Oberstufe. Ich glaube, das war in der Oberstufe. Und ich bin an die Grundschule gegangen für mein Praktikum und hatte dann sehr lange vor, eigentlich Grundschullehrer zu werden. Und so nach und nach durch die Aktivitäten am Gymnasium hat sich der Horizont ein bisschen erweitert und mir eben die Möglichkeit aufgetan, was anderes zu machen als eine Ausbildung. Und dann war mir in der Oberstufe auch klar, dass ich gerne Lehrer werden wollte. Und jetzt geht es nochmal in eine ganz andere Richtung mit der Promotion. Es ist super interessant, wie wichtig das wirklich ist, dieser Einfluss von jeglichen Bereichen im Kindesalter und auch im höheren Alter. Deswegen sind solche Veranstaltungen auch wie Girls' Day und Ähnliches so gut und so wichtig, um den Menschen zu zeigen, was es noch alles gibt. Besonders, wenn Kinder nicht aus Familien kommen, wo solche Themen angesprochen werden. Denn das ist nämlich oft das Problem bei Erstakademiker-Familien oder Nicht-Akademiker-Familien, dass genau diese Vorbilder fehlen. Du hattest das auch in einem Beitrag ganz schön beschrieben, dass es einmal die größten Schwierigkeiten, die diese finanzielle Situation ist, die Vorbilder und auch der Studieneinstieg. Und sehr schön nochmal beschrieben, wie du das selbst empfunden hast. In unserem Vorgespräch hatte ich dich gefragt, wie du deine Auslandszeit in einem Wort beschreiben würdest. Und du hast überraschend schwierig gesagt. Jetzt würde ich gerne wissen, wie du darauf gekommen bist. Ja, du hast am Anfang schon gesagt, dass ich ja nicht das erste Mal im Ausland war. Und mit meiner Vorerfahrung, ich meine, das war ein Jahr Neuseeland plus nochmal acht Jahre Frankreich, dachte ich, dass ich eigentlich vorbereitet wäre auf so einen, vor allem relativ kurzen Aufenthaltern im Vergleich zu den anderen. Aber ich kam dann an und habe gemerkt, dass ich irgendwie mit denselben Dingen kämpfe, wie schon die zweimale davor. Und das ist zum einen leichte Überforderung mit der neuen Situation. Es ist ja so, dass man, dass alles neu ist. Das Zuhause ist neu, die MitbewohnerInnen sind neu, die Universität ist neu, das Essen ist neu. Es ist irgendwie nichts, an dem man sich noch ein bisschen festhalten kann. Und das ist absolut, ja, es ist überfordernd am Anfang. Ich möchte eigentlich nicht immer so gerne vom Überfordernd sprechen, weil das erdrückt so eine gewisse Hilflosigkeit aus, als käme man damit nicht mehr zurecht. Aber ja, ich war dann doch überrumpelt. Vielleicht ist das das bessere Wort. Ich war absolut überrumpelt von diesen ganzen Eindrücken und musste die nach und nach erst einmal angehen. Leider sind meine Mechanismen, mit sowas umzugehen, vielleicht nicht immer die produktivsten. Denn ich habe mich zum einen überfordert gefühlt, so viele neue Menschen auf einmal kennenzulernen. Ich bin zwar relativ extrovertiert, aber in Gruppen ziehe ich mich dann doch schnell wieder zurück, weil ich nicht gut vor so vielen Menschen reden kann. Ich kann mich da nicht integrieren. Ich komme mit der Geräuschkulisse nicht so zurecht. Und dann habe ich angefangen, mich zurückzuziehen und Dinge alleine zu machen, was dann wieder dafür gesorgt hat, dass ich mich einsam gefühlt habe. Aber ich habe es nicht geschafft, mich in Gruppen zu integrieren, weil es mir eben zu viel war. Und das ist dann überraschend schwierig gewesen, erst mal zu verstehen, dass ich nicht alleine bin. Denn es sind ja Menschen erst mal da, die durch das Gleiche gehen. Das habe ich leider erst wirklich ganz zum Schluss in Einzelgesprächen erfahren, dass dort andere Studierende aus dem Ausland waren. Und wir waren sehr viele. Man muss sagen, im Darwin College, so viele internationale Studierende haben dort angefangen zu studieren, waren ebenfalls überfordert mit dieser Situation. Und andere kamen von wesentlich weiter weg. Für manche war das das erste Mal in Europa überhaupt. Und dann habe ich lange übersehen, dass meine Mitbewohner einfach unfassbar toll waren. Also ich habe sie schon als nette Menschen wahrgenommen, aber ich habe sie nicht als Freunde wahrgenommen. Ich dachte, ich bin jetzt der neue Mitbewohner, mit dem sie irgendwie umgehen müssen. Aber sie hatten mich schon so schnell ins Herz geschlossen, dass ich mir da eigentlich gar keine Sorgen hätte machen müssen, was die Einsamkeit angeht. Und als es Klick gemacht hat, ging es bergauf und ich habe mich wesentlich wohler gefühlt und habe dann auch wieder gemerkt, ich brauche kein großes Netzwerk. Ich muss nicht in drei Sportvereinen mitmachen, um mich integriert zu fühlen, sondern ich habe meine drei, vier Leute und das ist auch genug. Marcel, ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber du hattest gesagt, du warst acht Jahre in Frankreich. Ich hatte mir ja schon richtig notiert, dass das keine acht Jahre waren. Ja, das waren keine acht Jahre. Ich glaube, es war ein freudscher Fehler. Ich hätte gerne acht Jahre in Frankreich gelebt, aber es waren am Ende nur acht Monate. Ja, sorry. Alles gut. Gab es einen gewissen Auslöser, warum es Klick gemacht hat? Das war ein Gespräch mit meinen Mitbewohnern tatsächlich. Ich hatte ihm da erzählt, dass ich gerade diesen einen Beitrag für Studieren weltweit schreibe mache. Ich bin mir nicht sicher, ob es gerade ein Videobeitrag war oder ein Blogbeitrag. Und dass es dort um Einsamkeit geht. Und er hat mich angeschaut und hat mit wirklich Trübsal in der Stimme gesagt, Marcel, es tut mir so leid, dass du dich einsam fühlst. Und da habe ich gemerkt, der bemüht sich die ganze Zeit schon so sehr, mich zu integrieren, Dinge mit mir zu unternehmen. Und jetzt sage ich dem ins Gesicht, hey, ich fühle mich immer noch voll einsam. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Gefühl total irrational ist. Gefühle sind nicht unbedingt rational, aber dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Ich war längst nicht mehr einsam. Ich hatte Menschen gefunden, die mich gerne hatten. Und mein Mitbewohner hat dann auch Social Gatherings organisiert. Er hat also einfach mal in die Runde bei seinen Freunden gefragt, ob jemand Lust auf ein Pint hat. Und dann haben wir uns irgendwie zu zehnt im Pub getroffen. Und er meinte, Marcel, es wird Zeit, dass du mal noch andere Gesichter siehst als immer nur meins. Und das von Natalie, meiner anderen Mitbewohnerin. Schön, schön, dass du da so integriert wurdest. Ich finde, da sagst du sehr wichtige und richtige Worte. Und manchmal steckt man so in der Situation fest und bekommt gar nicht mit, was um einen herum passiert. Und ist dann mit seinen Gefühlen ausgesetzt und merkt dann erst im Nachhinein, Moment mal, eigentlich waren da so viele Leute oder so gewisse Leute, die eigentlich sehr wichtig sind im Leben oder auch für mein Leben gewesen sind. Und das merkt man dann erst im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt. Es ist natürlich umso schöner, dass du diesen Moment noch mit deinem Mitbewohner oder auch mit deiner Mitbewohnerin hattest. Und nicht erst jetzt oder Jahre später. Du schreibst in einem deiner Instagram-Posts, dass du sozusagen dein Leben pausiert hast, so hast du es damals ausgedrückt und jetzt doch ein neues Zuhause gefunden hast. Ich finde das aber sehr inspirierend und auch sehr schön, dass du das nochmal so ansprichst. Und wie gesagt, wenn ich mit Leuten spreche, die die Chance nicht genutzt haben, während des Studiums ins Ausland zu gehen, die mir dann immer erzählen, ach man, hätte ich nur einen Bachelor, wäre ich nur ein Master, dann sage ich immer, naja, dann promovier doch und dann geh doch nochmal mit deinem Doktor ins Ausland. Und deswegen finde ich es gerade so schön, mit dir darüber zu reden, weil du dieses Paradebeispiel in der Hinsicht bist. Ich meine, du warst ja vorher auch schon im Ausland, aber ich finde es so schön, dass du diese Chance nochmal nutzt, ins Ausland zu gehen. Und dich selbst auch nochmal ganz anders kennenzulernen. Du hast eben schon die Finanzierung angesprochen und genau da wollte ich gerne fragen, wie hast du denn die Zeit finanziert? Also den letzten Aufenthalt habe ich zum einen durch mein Gehalt finanziert. Da muss ich ganz ehrlich sein, also ich habe eine Teilzeitstelle, eine 50-Prozent-Stelle, wie das bei Doktoranden noch häufig üblich ist. Und dann, weil das nicht reicht, das ist zwar natürlich mehr Geld, als viele Studis zur Verfügung haben, aber es reicht für ein Leben in Deutschland in einem WG-Zimmer. Aber es ist nicht genug, um nach Cambridge zu gehen. Dementsprechend habe ich mich dann noch für ein Stipendium beim DAAD beworben und das war das Forschungsstipendium für Doktorandinnen und Doktoranden. Und das ist ein Stipendium, ich glaube, das sind bis zu 1500 Euro im Monat, die man für maximal zwölf Monate kriegen kann. Die habe ich nicht komplett gekriegt, weil ich eben schon ein Gehalt hatte und damit wurde es dann verrechnet. Man kriegt noch eine Reisekostenpauschale dazu. Auch da, naja, muss man überlegen, ob das genug ist. Nur die 1500 Euro vom DAAD reichen eben auch nicht aus, um ins Ausland zu gehen. Und ich habe dann am Ende, glaube ich, 850 Euro noch zusätzlich gekriegt. Und es ging dann schon, aber die Kosten waren halt in Cambridge fast doppelt so hoch wie hier in Heidelberg. Das fängt schon mit der Wohnung an. Ich habe hier eine relativ günstige Wohnung, das muss ich dazu sagen. Die kostet mich warm 350 Euro. Plus natürlich zusätzliche Kosten, ein bisschen Gas und Internet etc. plus die schönen Nachzahlungen, die wir jedes Jahr haben. Aber in Cambridge waren sie doppelt so hoch. Also in Cambridge war die Warmmiete bei 750 Euro für ein WG-Zimmer, das eine Abstellkammer war. Also das war wirklich winzig, da passte das Bett rein und mehr nicht. Während ich hier schon viel mehr Platz habe. Und hier die Durchschnittsmiete liegt, glaube ich, bei 500 Euro für ein WG-Zimmer. Also ich brauchte noch das Stipendium, ansonsten wäre das gar nicht gegangen. Und auch mit dem Stipendium ist es dann, naja, muss man schon auch ein bisschen gucken, wo man bleibt mit dem Geld. Du sprichst gerade so schön schon die Wohnungssuche an und das Thema Wohnung. Und hast auf dem Blog auch geschrieben, dass die Wohnungssuche einer Partnersuche ähnelt. Kannst du mir dazu noch mal mehr erzählen? Ja, sehr gerne. Also eine Wohnung zu suchen ist unfassbar anstrengend und einen Partner zu suchen ist unfassbar anstrengend. Also jeder Single kann das, glaube ich, nachvollziehen. Ich habe gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, die meinte, ja, das Schlimmste am Single-Dasein ist die Partnersuche. Alles andere ist wunderbar. Und bei der Wohnungssuche ist es ähnlich wie bei der Partnersuche, weil man sich so anbietet die ganze Zeit. Man stellt sich von der besten Seite dar, man zeigt die besten Bilder von sich. Man sagt, wie toll man kochen kann. Und in Deutschland habe ich es mitgekriegt, man spricht darüber, welche Gerätschaften man mit in die Küche bringt. Irrsinnig. Also man muss sich richtig verkaufen, in der Hoffnung, dieses absolut überteuerte WG-Zimmer zu kriegen, das unter Umständen auch noch ranzig und verschimmelt ist, je nachdem, wo man hinkommt. Bestenfalls natürlich nicht. Bestenfalls, das ist wunderschön. Aber man hat diese Interviews, die dann geführt werden via Skype oder Zoom oder was auch immer. Und man kennt sich nicht. Es ist dann immer wie dieses erste Date. Man weiß gar nicht so richtig, was miteinander anzufangen. Und man hält dann ein bisschen Smalltalk und hofft dann irgendwie gut bei dem anderen anzukommen. Und wenn alles gut klappt, ist es eine runde Unterhaltung und die anderen sagen sofort, ja, lass bald wiedersehen. Oder man hört nie wieder was. Leider ist es aber, um dieses Bild des Online-Datings weiterzuführen, ist es ganz oft, dass man Leute anschreibt. Und es ist stille am anderen Ende. Es kommt einfach nie eine Reaktion. Aber trotzdem hast du ja eine Wohnung gefunden vor Ort. Das freut mich schon mal, dass da zumindest es einigermaßen geklappt hat. Ich spreche so viel von deinem Blog und Instagram-Beiträgen. Aber ich muss sagen, ich finde dein Content so toll und du schreibst das alles so super. Und besonders lustig fand ich auch das Video, bei dem du beschreibst, ich packe meinen Koffer und erklärt hast, dass du mit der Bahn nach Cambridge gefahren bist. Also wie ich das verstanden habe und einen Koffer mitnehmen wolltest. Warum bist du mit der Bahn gefahren und warum nur einen Koffer? Und bist du auch nur mit einem Koffer wieder zurückgefahren? Letzte Frage kann ich direkt verneinen. Ich muss auch sagen, der Wunsch, nur mit einem Koffer zu reisen, hat am Ende nicht geklappt. Ich habe noch meinen großen Backpack mitgenommen. Der war auch noch bis zum Bersten gefüllt. Also meine Knie mussten lange nicht mehr so ein Gewicht schleppen. Ich wollte mit der Bahn fahren zum einen, weil das das Verkehrsmittel ist, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Ich bin in meinem Leben schon so oft mit der Bahn unterwegs gewesen, dass ich genau weiß, wie die Sache läuft. Ich weiß, wann ich wie am Bahnhof sein muss. Ich weiß, was ich machen kann, wenn ich den Zug verpasse, wenn die Bahn ausfällt. Ich fühle mich da einfach sehr sicher. Zum anderen kommt ein bisschen der Umweltschutz, der fließt da mit rein. Also ich finde, wenn ich Zeit habe, dann kann ich Strecken auch mit der Bahn fahren, um unsere Umwelt ein bisschen zu schützen, sie weniger zu belasten. Und ich kann vorher verstehen, dass jemand sagt, ich möchte nicht neun Stunden mit der Bahn fahren. Ich möchte, schlimmstenfalls muss man über Paris fahren und dort nochmal den Bahnhof wechseln. Das ist ein riesen Heckmeck. Also hier ein kleiner Tipp, wer nach London möchte, immer über Brüssel fahren. Das ist wesentlich leichter. Sehr gute Idee. Ich bin nach meinem Auslandsjahr in Brasilien auch nochmal durch Südamerika gereist und habe das auch alles mit dem Bus gemacht. Am Anfang wollte ich erst mit einem Flugzeug fliegen. Aber wer schon mal in Südamerika war, weiß, dass die Flüge teilweise so viel kosten wie zurück nach Europa zu fliegen. Und es ist tatsächlich sehr teuer. Ich meine, die Distanzen sind natürlich auch nochmal ganz andere. Das vergisst man ganz gerne, wenn man in Europa lebt und jedes Land direkt um die Ecke ist. Und in Brasilien gibt es auch keine Bahnverbindungen. Die haben nur Bus und auch Auto und Flugzeug. Und die Busse sind so toll. Ich liebe es einfach, in Brasilien mit dem Bus zu fahren, weil du kannst dann für einen kleinen Aufpreis ein Bett im Bus buchen. Genau, und da habe ich tatsächlich meine ganze Südamerika-Reise. Also in Brasilien, dann Uruguay, Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, alles mit dem Bus durchfahren. Und das war auch super, weil dann konntest du auch immer Stopps dazwischen machen. Also wenn man die Zeit hat und sich auch die Zeit nehmen möchte, dann ist das auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Kurzer Zwischenstopp für die Werbung. Hast du schon Pläne für dein Auslandssemester? Wir hätten da noch eine Idee. Werde DAAD-Correspondent und berichte auf Social Media von deiner Auslandserfahrung. Bewerben können sich alle Studierenden. Bewerbungsschluss ist jedes Jahr zum 1. Mai für das Wintersemester und 1. November für das Sommersemester. Also auf ins Ausland und raus mit den Storys. Studieren weltweit. Erlebe es. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Ansonsten, ich würde dich mal ganz frei zitieren aus deinem Blogbeitrag von Heideberg nach Cambridge, ein Lebenswandel. Da sagst du so schön, wenn du einen Auslandsaufenthalt vorbereitest, dann weißt du am Ende, mit welchem Transportmittel du reist, wohin es geht und wo du wohnen wirst. Aber du weißt nicht, wie dich dieser Aufenthalt verändern wird. Ich fand, das war sehr schön, wie du das formuliert hast. Was würdest du denn sagen, wie hat dich dein Auslandsaufenthalt oder deine Aufenthalte verändert? Also ich würde da ein bisschen auf den Gemeinplatz zunächst zurückgreifen und sagen, ich habe gelernt, mit neuen Situationen zurechtzukommen. Und das klingt ein bisschen simpel, aber ich glaube, das ist ein großer Teil davon. Weil eben alles, wie ich schon vorhin erzählt habe, alles neu ist und man muss irgendwie mit dieser neuen Situation zurechtkommen oder den Aufenthalt abbrechen. Und das darf eine Option sein, war für mich aber nie eine Option und dementsprechend musste ich mich da anpassen. Aber ich merke, dass jeder Aufenthalt so eine kleine Veränderung mit sich gebracht hat. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Geduld gewesen, was vor allen Dingen an Sprachbarrieren liegt. Das heißt, da braucht man einfach mehr Geduld, um sich auszudrücken. Das heißt nicht Geduld anderen gegenüber, sondern Geduld sich selbst gegenüber, mir Zeit zu lassen. Mit Dingen zurechtzukommen. Ich habe aber auch jetzt, ich glaube, mit Cambridge ein bisschen die englische Gelassenheit mitgenommen. Also wenn ich, ich hatte den Eindruck, obwohl meine MitbewohnerInnen mega viel zu tun hatten in ihren Jobs, hatte ich immer das Gefühl, dass sie eine andere Gelassenheit mit in ihr Leben nehmen. Dinge einfach auch mal nicht so ernst nehmen. Und das hat mir sehr gut getan, weil ich glaube, ich bin jemand, der sehr verkopft ist, der Dinge sehr, sehr ernst nimmt. Und einfach zurückzukommen und zu sagen, naja, ich gebe mein Bestes und das ist okay so, das hat mir sehr viel Last von den Schultern genommen. Ja, und ein kleines Schautort an meine MitbewohnerInnen. So viel, so entspannt habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Schön. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Orte, an die man gehen kann und doch sucht man sich dann irgendwie die Orte aus, die genau zu einem passen. Also die einem vielleicht den Input geben, den man am Ende braucht. Also ob das jetzt akademisch ist oder auch persönlich. Deswegen, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe auch das Gefühl gehabt, in Brasilien habe ich noch mal, weiß nicht, viele Aspekte an mir gesehen, die vielleicht vorher nicht so, sagt man, ich will es nicht zu negativ ausdrücken, aber wo ich vielleicht ein bisschen zu engstürnig war oder ja, wo ich das gebraucht habe, auch mal eine andere Perspektive mitzubekommen von den Dingen und zu merken, es ist nicht so schlimm, wie ich die Sachen manchmal sehe. Und da hatte ich leider, ich habe es vorhin ja auch schon angemerkt, manchmal merkt man erst im Nachhinein, wie viel die Leute dann wert waren. Ich habe leider damals nicht immer mitbekommen, dass in dem Moment mir jemand helfen wollte, sondern da war ich dann immer noch zu sehr in meinem Denken drin und jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, dass die Personen vielleicht doch recht hatten, mir zu helfen, so ein bisschen die Sachen lockerer zu sehen. Gerade Brasilien, dieses Klischee von Brasilien, das alles so ein bisschen déjà vu, me lé, vá, so ein bisschen alles locker und easy und ist alles nicht so schwierig. Ja, aber ich denke mir, man muss ja Informationen auch verarbeiten. Das heißt, wenn man im Ausland noch nicht diese große Epiphanie hatte, diese große Erleuchtung, dann ist es vollkommen okay, wenn man zurückgeht und anfängt darüber zu reflektieren oder sich an Situationen im Ausland zurückerinnert, dann ist es sehr viel wert. Es muss nicht immer im Moment alles perfekt sein. Manchmal merkt man erst im Nachhinein, welchen Wert eine Erfahrung hatte, wie du auch gesagt hast. Wir haben auch eine Frage von der Community bekommen. Und zwar wollte jemand wissen, wie das für dich war, den Alltag nicht mehr auf Deutsch zu gestalten, sondern eben auf Englisch so viel zu sprechen. Ja, wie bist du damit umgegangen, nur noch Englisch zu sprechen oder nicht mehr auf deiner Muttersprache? Ich muss sagen, in England jetzt ist es mir relativ leicht gefallen. Ich hatte schon meinen Neuseeland-Aufenthalt vor zehn Jahren hinter mir. Ich habe ein Englischstudium hinter mir gehabt. Und ich fand es eigentlich eine ganz schöne Herausforderung, nur noch Englisch reden zu können. Es ist durchaus anstrengend. Also ich war in den ersten Tagen, Wochen, Abends so müde. Und ich konnte mich auch nicht, obwohl mein Englisch-Niveau sehr hoch ist, ich konnte mich nicht gut an anderen Gesprächen beteiligen, weil ich diese schnellen Reaktionen noch nicht hatte. Auch die Floskeln, die fehlen absolut. Es ist total bescheuert, aber allein wenn ich auf dem Fahrrad saß und jemandem ausgewichen bin oder ich habe jemanden nicht gesehen, habe ich sehr oft immer noch Entschuldigung gesagt. Das war eben dieser Reflex, den ich hatte und es war kein, oh sorry, excuse me, selbst kein Problem ist mir rausgerutscht. Das würde ich sagen, das war mit die größte Herausforderung, diese floskelhaften Ausdrücke, die ihre Funktion haben in der Sprache, zu verinnerlichen und reflexartig abspielen zu können. Und in Neuseeland war es damals anders, also das war wirklich ein Kampf, dort mit dem Akzent zurechtzukommen. Das war das erste Mal, dass ich im englischsprachigen Ausland war. Und dann kam ich dann mit meinem Gebrochenen in Schulenglisch. Auch wenn man das im Abitur hatte, heißt das ja noch lange nicht, dass man das fließend sprechen kann. Und dann die Unterhaltungen mit SchülerInnen in diesem schweren neuseeländischen Akzent waren sehr, sehr herausfordernd. Und da muss ich sagen, das fand ich in Frankreich auch, ich fand es sehr schön, mit Deutschen dann doch was zu tun zu haben. Das wird immer ein bisschen beäugt, wenn man ins Erasmus geht. Da wird von dieser Gefahr gesprochen, dass man am Ende nur in diesem Erasmus, in dieser Erasmus-Bubble ist. Aber es ist total nachvollziehbar, denn wir haben alle das Bedürfnis zu kommunizieren, mit anderen Menschen zu sprechen. Und dann ist es voll okay zu sagen, ich habe meine deutsche Blase, denn da kann ich mich unterhalten, da kann ich über meine Gefühle reden. Und das funktioniert auf Englisch oder auf Französisch, Portugiesisch halt am Anfang nicht so gut. Wie ist das in Cambridge oder auch in deinem College mit den Gauns, mit diesen Umhängen, die, oder ich weiß nicht, ob das auch Umhang auf Deutsch dann die Übersetzung wäre, die man dann trägt für, ich glaube, gewisse Veranstaltungen. Hast du das auch getragen? Wenn ja, wie oft? Und ja, was ist ein Gaun ganz genau? Ein Gaun, ja. Ich finde, Umhang ist eigentlich ganz passend. Ich glaube, das deutsche Äquivalent dazu wäre ein Talar. Und man trägt es in den meisten Colleges, ich glaube nicht in allen Colleges, noch zu traditionellen oder formellen Anlässen. Das sind beispielsweise die sogenannten Formal Dinners. Die finden, ich glaube, dreimal, zwei, drei Mal die Woche in jedem College statt. Und das ist ein Drei-Gänge-Menü, wozu die Studierenden eingeladen sind. Davor gibt es ein paar Drinks. Es ist dann meistens Sherry in der Weihnachtszeit, war es Glühwein. Dann gibt es dieses Drei-Gänge-Menü, in dem man strikten Regeln folgt. Man trifft sich zunächst, bei uns war das die Old Library. Dort haben sich alle Studierenden versammelt, hatten ihren kleinen Drink davor, haben miteinander geredet. Und dann hat der, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Ausdruck noch verwende. Ich möchte sagen, der Master of Ceremony, der hat einen Gong geschlagen. Und das ist das Zeichen, dass man auf der Stelle leise sein muss. Es wird nicht akzeptiert, dass man noch ein weiteres Wort sagt. Und dann läuft man geschlossen in den Speisesaal, stellt sich hinter die Tische und dann wird ein Gebet gesprochen. Das ist traditionell auf Latein und unterscheidet sich von College zu College. Also es gibt ein Gebet pro College. Manche sind länger, manche sind kürzer. Jesus College ist relativ lang, da war ich, glaube ich, zwei oder dreimal. Da steht man gefühlt fünf Minuten, bevor man sich setzen darf. Und das Darwin College, weil es so ein modernes College ist, hat zwei Wörter. Ah, okay. Also sehr kurz und dann geht man durch diese drei Gänge, kriegt noch Wein dazu. Und in diesem Rahmen trägt man das Gaun, sodass alle wirklich gleich aussehen. Das hat was sehr, was sehr Magisches. Ich bin natürlich ein bisschen Harry Potter geschädigt, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber ich konnte das nicht ganz verdrängen. Auf den Tischen stehen Kronleuchter mit Kerzen drin. Schön. Sind das Kronen? Das sind Kerzenleuchter auf jeden Fall. Und alle sitzen in ihren Gauns und es sieht ganz festlich aus dann immer gleich. Also ich war mal Gast am High Table. Und das ist ein bisschen verstaubt. Und ich muss sagen, damit habe ich am Anfang auch gekämpft. Und ich habe am Anfang gezögert, mir so einen Talar, so einen Gaun zu kaufen. Genau wegen dieses Grundes. Denn in Deutschland haben wir früher an den Universitäten auch Talare getragen. Und mit der Studentenrevolution in den 60ern, also die 68er-Revolution, wurde das eigentlich, wurden die Talare sozusagen verbannt. Es gab diesen Spruch unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren. Was damals, der Hintergrund war, dass an den Universitäten noch ziemlich viele Ex-, naja, es waren noch relativ viele Nationalsozialisten an den Universitäten. Und die Studierenden haben gesagt, es wird einfach unter diesen Talaren versteckt. Darunter ist jeder gleich, aber sie sind nicht alle gleich. Wir haben immer noch Nazis an der Uni. Und infolgedessen wurden die Talare in Deutschland mehr oder weniger verbannt. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, muss ich diese Geschichte nicht irgendwie in meine Erwägungen mit einbeziehen? Kann ich jetzt als Deutscher mir diesen Talar kaufen und einfach so tun, als sei nie was gewesen? Und ich habe dann auch das Gespräch zu meinem Professor tatsächlich gesucht. Und ich sehe das jetzt ein bisschen entspannter. Denn Tradition ist nicht immer was Furchtbares. Tradition kann auch einfach Spaß sein. Und diese Formel, denen das haben, einfach Spaß gemacht. Und ja, ich muss sagen, mir steht der Talat ziemlich gut. Guter Punkt. Nächster Halt. Fragenhagel. Ich habe noch einen Fragenhagel für dich mitgebracht. Ich frage dich jetzt vier schnelle Fragen und erwarte vier schnelle Antworten. Oh, schnelle Antworten. Die erste Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Monat in einem Land deiner Wahl zu leben, welches wäre es? Oh, das ist Frankreich. Mein Backup ist immer Frankreich. Ich liebe dieses Land. Sehr gut. Hast du ein besonderes Ritual, um dich an einen neuen Ort anzupassen? Ja, ich suche mir mein Lieblingscafé. Ich gehe von einem Café das nächste und suche mir das, was mir am besten gefällt. Und naja, schau mir ein bisschen die Leute an, die dort so rumsitzen. Sehr schön. Mit einer Zeitmaschine. An welchen Ort würdest du wann reisen? Ich muss sagen, ich würde in die Zukunft reisen, weil es mich sehr interessiert, wie unsere Welt in 100 Jahren aussieht. Also ich würde definitiv aber hier in Deutschland bleiben und mir Heidelberg in 100 Jahren angucken, bin ich dabei. Auch gut, auch gut. Welches ist das skurrilste Souvenir, das du von einer Reise mitgebracht hast? Oh Gott, das kann ich gar nicht beantworten. Ich habe meiner Mitbewohnerin ein Käsemesser mitgebracht. Ich habe, ja, das ist eigentlich total absurd, einfach jemandem ein Käsemesser zu schenken, aber da ist was eingraviert. Leider habe ich vergessen. Mind your own biscuits steht, glaube ich, darauf. Mind your own biscuits? Ja, genau. Mind your own biscuits anstatt des Businesses. Ich fand es ganz witzig, als ich es gelesen habe, ich würde sagen. Das war mit am skurrilsten. Ist auch gut, dass sowas auf dem Käsemesser steht. Das macht gar keinen Sinn. Sehr gut. Ja, lieber Marcel, ich fand die Unterhaltung super toll. Ich finde es echt super. Wie gesagt, auch dein Blog, deinen ganzen Content. Ja, schade, dass du nicht noch länger dort geblieben bist, in Cambridge oder auch von den anderen Orten. gebloggt hast, sonst hätte ich da jetzt noch ein bisschen Lektüre gehabt. Genau. Ja, zusammenfassend, ich habe mitgenommen, was eine Dinky Door ist, nämlich dass das diese kleinen Räumchen sind, die man in Cambridge gut finden kann. Und ja, du hast in Cambridge auf das Stipendium vom DAD zugegriffen, um dich finanzieren zu können, da du aus einer Nicht-Akademiker-Familie kommst. Und ich hatte hier noch ein paar Zahlen von einer Blogbeiträge rausgesucht, wobei das kommt von der Publikation von Deutschen Zentrum für Hochschulen und Wissenschaftsforschung, wo sie beschreiben, dass nur 27 Prozent der Nicht-Akademiker, wie sagt man, doch genau, Erstakademiker, So, Erstakademiker im Bachelor studieren, davon dann auch nur elf Master und gerade mal zwei Prozent ein PhD machen. Das heißt, du gehörst zu den zwei Prozent, ja, und dass man anscheinend nicht nur mit einem Koffer nach Cambridge fahren kann, sondern dann doch ein bisschen mehr braucht. Ja, ich freue mich später nochmal, dich zu fragen, wie denn das Gedicht auswendig klingt, was du am Anfang so schön angepriesen hast, dass du das noch auswendig kannst. Ja, genau. Und wünsche dir ansonsten noch alles Gute und vielen lieben Dank für die nette Unterhaltung. Vielen Dank.